herzlich willkommen auf den namens dann nur gaming und heute schwimmen war wieder wie ihr sehen könnt eine runde haus flipper und ja ich wünsche euch auf jeden fall auch erstmal einen schönen zweiten weihnachtstag ja wenn das video heute in das video genau an dem tag kommt dann ist heute der zweite weihnachtstag ich weiß nicht ganz weil ich ein bisschen vorgutzt hier auf jeden fall haben wir jetzt hier die letzte aufgabe in haus flipper ja wir haben das letzte die letzte aufgabe die wir machen müssen auf einmal also das ist der letzte dass das die letzte e mail die wir haben haben wir einfach alle 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 aufgaben in diesem spiel geschafft dann fehlt uns nur noch die ganzen häuser kaufen neu machen und dann haben wir wirklich das ganze spiel einfach durchgespielt ich lese mal vor haus streichen hallo zusammen mit meiner frau haben wir ein haus gekauft und wir sind nun fast fertig ich möchte sie bitten die wände zu streichen da wir der absicht sind der ansicht sind dass alle in alles in weiß einfach zu langweilig ist auch die beiden fehlenden klimaanlagen sowie zwei heizkörper müssten installiert werden ich hoffe dass das nicht zu lange dauern wird denn wir wird gerne bald einzig mit freundlichen grüßen tim star okay gucken wir doch mal ich musste wirklich sagen weiße fände wende finde ich geil also ich bin also ich würde jetzt nichts dazu also weiß finde ich wirklich eine geile farbe mein zimmer besteht auch nur aus weiß also ich habe auch orangene wände aber sonst ja gut ja gut ja gut okay wir sollen hier fenster reinigen vier stück dann machen wir doch mal ja gerne mal in den kommentaren schreiben habt ihr schon eure schulflücken geschafft ja wie war sie und wie durch das auch wenn ich habe absolut gar keinen bock zu laufen habe auch ein bisschen ja einfach echt angst dass ich sie verkacken werde also ist wirklich echt ein bisschen angst dass ich verkacken will weil ich will nicht noch ein jahr in dieser schule hocken tatsächlich bei dieser scheiße mal gucken so sagt niemand wo ist die denn klimaanlage und hier also ich soll die montieren sagt das doch mal auf 488 für eine klimaanlage und schmeckt wo ist denn jetzt hin und hier steckt ja mal alle rein weil da muss ich die später nicht mehr rein liegen sind kann ja einfach direkt alles verschrauben so sagt sowas finde ich geil zu machen bei hauswirbel also sowas hier zu montieren das geil ist wenn auch die wände gestreift kakao farben hat würde ich ja hier in der küche machen und das hier tatsächlich hier so streichen wir mal das jetzt gucken wir mal hier ist grenze das heißt hier ich weiß tatsächlich gar nicht bis wohin die streichen sollen weil die steht nämlich ohne nix so sagt bam 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 so jetzt hier noch oben sagt sagt so das kann ich bis wohin perfekt und sogar genau getroffen so es passt meiner monge noch einfach perfekt zur küche jetzt machen wir hier einfach was hier weiter so 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 sieht das doch gut aus so wie soll ich denn da hinten hinkommen soll ich die couch anstreichen oder was ja aber sowieso so sieht es doch ganz gut aus ich habe gerade so oft so 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 gesagt jetzt kommen sie herfarbe ich brauche sie auch das hier ja wahrscheinlich wäre dumm wenn nicht hallo bitte danke hey ja so ist doch gut wir sind jetzt auch fast bei 90% das freut mich tatsächlich sehr nicht mehr viel nicht mehr viel so noch drei wenn die das sind vier ich mach die ja immer so fertig am gut dann haben wir das schon mal gestrichen so gehen wir hier mal wieder raus denn in dem flur müssen wir nix machen ich mach das mal auf dass ich hier nämlich schon war so gehen wir jetzt hier rein sozusagen machen erst hier die rechte seite weil das ist nur fenster reinigen so ähm äh wo ist denn hier da sagt man jetzt hier gegenüber da sollen wir auch einmal Fenster reinigen so zack zack ähm montiere die geräte klimaanlage wir wollen hier anscheinend auch eine klimaanlage haben klimaanlage zu haben ist auch eigentlich ganz nice aber ich glaube du wirst dadurch irgendwie auch krank kann das sein ich weiß es tatsächlich gar nicht denn ich habe keine ja wäre möglich tatsächlich wäre möglich zack haben die man lage montiert so diesmal haben wir ja auch nur eine farbe das heißt hier können wir schon wieder schön streichen aber warum wollen die denn so schnell einziehen die können also die können auch so schnell einziehen nur weil die farbe jetzt nicht gestrichen also nur weil das jetzt hier nicht gestrichen wurde also so schlimm ist das jetzt doch nicht da stellen sie sich ein bisschen was an aber egal können sie doch machen ist mir eigentlich shit egal hauptsache ich krieg mein geld hier ne so let's go schön streichen da ist der da ist der so ähm dann hier oben einmal das darf da natürlich auch nicht fehlen und fertig warum an die türsten da haben wir das ja auch gemacht dann machen wir das mal hier so rauf so gehen wir jetzt hier rein fenster reinigen so so bam 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 so bam 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 und bam so Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Also, die Farbe hat irgendwas. Wobei, ich würde mir die jetzt selber, glaube ich, nicht ins Haus streichen. Da bleibe ich doch lieber bei meinem Weiß und Orange. Tatsächlich. Oh, ich könnte jetzt sogar den Auftrag beenden. Aber, ich mache ja hier alles zu 100% fertig. Ich finde es wirklich geil, wenn man hier alles irgendwie zu 100% fertig macht. Ähm, ja. So. Ich habe so viele Spiele, da müsste ich auch alles mal zu 100% irgendwie früh spielen. Ist nicht jetzt auch das Haus für Bad 2 draußen? Ja. Das müsste ich auch mal anfangen zu spielen. Vielleicht seht ihr das ja bald, ne? Dass ich dann dieses Spiel spiele. So, Schlafzimmer. Auch fertig. So, jetzt haben wir nur noch zwei Räume. Hier ist wieder irgendwas, was man montieren muss. Okay. So. Zack. Zack. So, montiere die Heizung. Heizung hier. Zack. Zack. Bamm. Müssen wir hier wieder streichen in rosa. Pastel rosa ist das sogar. Diese Farbe habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Aber gut. Streichen wir doch mal. Ne, nicht die Decke. Das hier. Ich glaube sogar, ich kann jetzt mehr Farbe tatsächlich streichen, ne? So. Zack. Bamm, bamm, bamm. So. Dann noch hier. So. Ja, die letzte Wand. Die kommt jetzt. Und fertig. Das ist jetzt auch fertig, ne? Jetzt tatsächlich nur noch ein Raum und das ist das hier, oder was? Badezimmerheizung. Habe ich dann alles, oder was? Scheint so. Ha. So. So. Ja, ich habe alles fertig. Leute. Wenn euch diese... Boah. 5.000, fast 6.000 kriege ich dafür. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich beende jeden Auftrag vollständig. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen, den seht ihr unten rechts. Den habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Solver vorbei, der ist unten in der Videobeschauung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Jetzt kommen nur noch die ganze Zeit Häuser, die ich kaufen werde und dann wieder verkaufen werde. Denn ihr seht hier schon, es gibt keine mehr. Ich habe hier alles, ihr könnt hier sehen, alles zu 100% durchgespielt. Ja, Glocke, da gibt es jetzt die ganzen Häuser. Ich werde jedes einzelne Haus kaufen und jedes einzelne Haus wieder verkaufen. Das heißt, es kommen natürlich noch mehrere Videos. Ich hoffe mal, dass das ja auch alles so funktioniert mit dem Geld, weil ich habe 112.000 aktuell. Wenn nicht, muss man halt einfach hier diese Dinge nochmal neu machen, wenn man das kann. Ich weiß es gar nicht. Könnte hier, ja genau, man kann da einfach dann wieder auf akzeptieren drücken. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, haltet euer Sandro. Ciao, ciao.